moin moin youtube herzlich willkommen zurück zum ls 22 frontiers projekt hier ist euer commander keule mit dabei sind wieder der liebe janik und der liebe toba ja jungs und mädels da wir ja in der letzten folge schon wieder mal zum zweiten ganz 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 böses blut ausgestreut haben gegen den milo er war er war er ist aber ein echt fairer sportsmann muss ich sagen also er nimmt das dann hin und sagt dann auch noch chapeau war eine nette sache ja herrlich ja wir warten eigentlich immer noch darauf dass unsere felder endlich erntereif werden aber die bleiben weiter dunkelgrün es nervt es nervt nervt wir können nicht ernten wir haben keine mission ich kann mich um die türen kümmern ja wir kriegen jetzt aber minimalen gewinnen also erst wenn eine acht steht verkauwiese ja was machen jetzt jungs machen wir das mit der palette würde ich sagen ich bin weiter im bäumchen füllen machen wir das mit der palette und der tober sagt uns ob das funktioniert weil dann werden wir das im großen stile machen jetzt zu zweit zwei anhänger und abfahrt ich bin auf dem weg jetzt natürlich die frage ob du wieder überall das gleiche kriegst ne also es sind 1050 liter und du hast 1000 für bezahlt ich habe 1000 bezahlt richtig und wenn wir jetzt mehr wie 1000 kriegen dann können wir das im großen stil machen dann machen wir die die hänger ran voll zu zweit und fahren die ihr jetzt komplett zum verkauf ding 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 macht es dann nur kaching 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 und dann machen wir ein bisschen money weil money brauchen wir auf jeden fall money 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 so macht nämlich jetzt auch keinen sinn die sachen jetzt zum shop zu bringen und das ganze dann überhaupt nicht ja ich überhaupt nicht lohnt dann haben wir umsonst den weg zum shop gesucht geht los geht los sagt er 237 plus wir machen 237 plus dann würde ich doch mal sagen ich schnappe mir den zweiten anhänger und dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen geld oder was ich bin wir werden das ich habe es schon gesagt ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das ist ich bin ich bin ich bin das ist Jungen, wie das hier aussieht, du. Die fragen sich jetzt überhaupt nicht, was wir hier machen, du. Dauert war halt ewig, ne? Meiste, du? Na, guck doch mal, wie langsam der Neufeldkampf gerade an die da drin ist. Ja gut, du bräuchst jetzt hier einen Frontlader, wo du das Ding einfach reinschmeißt und dann entleert sich das halt einfach in dem Anhänger, beziehungsweise nein. Was machen wir denn da? Warum mache ich das denn so? Wo ist unser Onkel hier mit dem Ziegefell? Guck mal her mit deiner Seilwinde. Ich bin unterwegs. Ich bin nur nochmal im Holzvertauchen. Es gibt doch nichts leichteres, als mit der Seilwinde das Ding hier jetzt einfach wegzujagen. Ja, ein Teil mit der Seilwinde, den Rest mit dem Anhänger, dann machen wir richtig wuck, wuck. Oh, was? 2, 5? Was hast du da gerade weggezogen? Äh, drei Baumstämme. What the fuck? Ja, hier, äh, 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 Nadelholz. Wow. Ich habe die irgendwo am Feldrand einfach genommen, habe sie rausgezogen und dann habe ich sie so, wie sie waren, eine Winde und ab dafür. Warte mal, wie komme ich da rüber, da? Okay. Okay. Okumihi. Okumihi. Alles klar, mach Platz da. Kannst du alle nicht kaufen, deswegen haben wir das jetzt auch... Ja, deswegen habe ich auch, äh, den Ladewagen weggebracht, weil das habe ich letztes Mal schon geguckt. Wir haben keine Waldfläche mehr, das war die einzige Waldfläche, die wir kaufen konnten. Das war's, mehr haben wir nicht. Ja, du kannst, kannst jetzt wirklich nur noch ein Render. Hast du dann nicht den Preis in den Keller? Na ja, aber dazu musst du ja eine gewisse Menge erstmal wegschaffen. Wir hauen jetzt hier die Anhänger voll. Er packt sich einmal 30 Millionen Dinger da an seine Seilbinde ran und dann bringen wir alles gleichzeitig weg. Dadurch stürzt ja der Preis nicht ab. Guck mal, im LS19 war es so standardmäßig, du musstest, glaube ich, 200.000 Liter von einer Sorte verkaufen, bevor der Preis anfängt zu sinken. Und das haben wir hier ja noch lange nicht. Oh, la miq da mo 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 hier. La miq da mo mo hier. Ne, da hinten nicht, den fülle ich schon. Ne, die ist mir egal, nehm ich mit. Ja, aber der ist ja nicht mehr voll, das lohnt sich, das ist doch scheiße. Mach mit. Ich hole neue. Ich kann doch auch alle aneinanderhängen. Oh, ab dafür. Einer hat er vergessen, Einer hat er vergessen, den nehm ich, den war ich. Ja, warte, warte, warte. Nehm ich. Zu tief, Alter. Der will nicht mehr. Sag ich doch. Ich war zu weit weg. Der hat schon zu viel. So, tschüße. Ne, zu viel kann eigentlich nicht sein, ich hatte nur keine Winde mehr, also die Länge nicht mehr. Wenn du die alle nah dran tust, kann er noch mehr mitnehmen. Du musst sie ja nur zusammenschieben. Richtig. Ich fahre halt nur ein bisschen langsamer jetzt, was? Ja, ist doch egal. Aber ich fahre. Solange du fährst, du fährst. Mit meiner Entenkolonie. Warte mal. Bleib mal schnell. Steig mal kurz aus, Alter. Das würde ich mir mal angucken, Alter. Das sieht aus wie Enten-Mama mit ihren Enten-Kindern. Guck dir das mal an. Oh, die sind alle in einer Reihe. Ist das, das ist unglaublich, ist das. Na komm, hier, mach Abfahrt, ey. Jetzt sitzt der da in meinem Trecker drin. Ja, ich hab da wieder gemacht, dass er war da leer. Mach Yala jetzt, ey. Ja, ich bin doch schon ein Yala-Hatta. Yala Habibu, ey. Habibu? Haribo? Haribo, ja. Haribo. Toba, steig mal ein und aus, du bist hier zweimal, ey. Danke. Willkommen. Wenn das jetzt hier einer mitkriegt, ey. Die denken auch so, sind die eigentlich bescheuert, ey. Aber wir verstehen nicht den ganzen Platz. Hier vorne können sie doch Trecker spawnen. Haben die nichts Besseres zu tun, weißt du es dann? Was sind die denn nur bescheuert? Haben die nichts anderes bei sich zu tun, Junge? Als so eine Scheiße hier. Ich hab 16% und du? 20. Hey. Ja, also definitiv geht's halt mit Seilwinde, einmal Harakiri, hin- und hergefahrener Ding, definitiv schneller. Was kostet denn so eine Seilwinde? Das Problem ist, er fährt so langsam. Guck mal, bis wo er jetzt gerade ist, ne? Ja, ich fahr halt mit 16 kmh. Aber es könnte natürlich sein, wenn ich einen anderen Traktor hab, dass es schneller geht. Weil der hat generell nur... Die Frage ist, ob kriegst du die Paletten jetzt da so abgegeben? Ja, krieg ich. Die Eierpaletten sind ja vorhin auch einfach reingegangen. Na, guck mal, wo die anderen... Guck mal, wo drunter findet man das? Unter Diverses, ne? Wo war das? Forstmaschinen, ne? Ne. Forstmaschinen ist das auch nicht? Forsttechnik. Und den Anhänger, nicht Träger. Du musst ein Tiefers. Genau. Anhängergerät. Anbaugeräte musst du gehen. Ach, hier und davor ist Technik. Ja, genau. 4.500 kostet das Ding nur. In der Miete. 229. Ja komm, miete ich mal so ein Ding hier. Jala, Abfahrt. Mach doch mal bitte hier beide Dinger voll. Hängen die Anhänger doch mal hintereinander. Ich schiebe die Paletten jetzt einmal zusammen. Genau für mich, dass ich dich da einmal so hinstellen kann. What? So. Womit ich noch mehr mitnehmen kann. Was hat das denn? 322? 17? What? Ja, warte, warte, warte. Die sind ja noch nicht ganz drauf hier. Ich muss die drauf schieben. Jetzt wird das günstiger, weniger, weil das zu vereinzelten Reihen plätschern wird. Die Toba hat den falsch und was hat der? Jetzt müssen wir gleich mal rechnen. Wie viele Paletten du weggebracht hast? War das 8 Paletten? 7 glaube ich. 7, ja. Ich wollte gerade sagen, es muss ja weniger gewesen sein. So, wie war das jetzt hier? Du fährst ran, am besten in der Mitte und dann mit B und danach mit B die anderen auch verbinden. Abfahrt! Komm mit, meine kleinen Entchen! Ja, wieso steht denn da noch ein Trecker? Weil ich den jetzt geholt habe, weil mit dem brauche ich nicht zwei Anhänger ziehen, die ich jetzt hier habe. Oh, ich fahre 6 kmh. Oh, okay. Gut. 8 kmh. Moin. Moin. Ja, gut. Vielleicht hätte es doch mehr Sinn ergeben, einfach mit dem Frontlader die Paletten so schnell es geht in den Anhänger zu schmeißen und einfach loszujuckeln zum Verkaufspunkt. Alter, als könnten Paletten so schwer sein, oder was? Wie viele habe ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Paletten. Heißt, ich habe 8.000 ausgegeben? Wenn ich pro Palette 200 mehr kriege, müssen wir ja 9.600 oder so kassieren, oder? Bova, dürfte ich mir die nehmen, oder willst du die? Ja, nehm die. Dann möchte ich auch endlich mal wieder was machen. Du, wir können auch gerne tauschen. Mit 6 kmh gewinne ich hier auf jeden Fall kein Schneckenrennen. Ich glaube, ihr geht gleich die Schranke runter, bevor ich rüber bin über dem See hier. Was machen unsere Kühe? Ich habe ein bisschen Zeit. 1.700. Ich verkaufe erst, wenn eine 8 vorne steht, habe ich gesagt. Ähm. Hattest du das auch, dass du hier über die Brücke nicht rübergezogen bekommen hast? Äh, doch, das geht. Nö, ich hänge hier unten fest. Oh, ich hänge vom Baum. Also der Traktor hängt vom Baum. Ich glaube, die müsste erst mal ganz ziehen zu euch so ein bisschen, ne? Ne, da ist wieder mal ohne Palette, ist da im Boden hängen geblieben, ey, Katastrophe. So, ich komme noch mal. Ich fahre jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13, 14 Paletten. Mit 8 kmh. Moin. Ist nicht schlimm. So macht man auch Geld. Meine Hydraulik, nee, die kann ich. So ist meine Hydraulik. Die Hydraulik ist um. Ich weiß, das sieht da oben im Bild anders aus, aber es ist um. Ey, warum bist du so viel schneller als ich? Hä? Ich denke, ich bin ein Träger. Ich denke mal, mehr Leistung. Du Hacker. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich 0,4 mitnehmen komme. Wir machen 0,4. Oder 3 und dann bin ich schneller unterwegs wahrscheinlich. Mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, guck mal. Drum fahren wir 20, 30 kmh hier gleich. Haben wir mehr gekonnt auf jeden Fall. Guck mal, wie gut das geht. Money, money, money. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade leider auch einfach nichts anderes zu tun. Aber wenn wir halt so viel mehr Geld kriegen dafür, ja, warum nicht? Eigentlich nicht. Ach, hier liegen ja sogar noch Ballen von uns, sehe ich gerade. Sechs Stück. So, der hat jetzt nur drei Paletten verkauft. Ja, guck mal, wir machen auf jeden Fall Plus. Wir machen auf jeden Fall Plus. Eine Palette liegt noch vorm Verkaufsträger. Aber ich glaube, das reicht dann auch, wenn jetzt Toba die Anhänger voll hat, weil... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch der Preis sind. Hast du jetzt alle angehängt? Ja. Katastrophe, ja, okay. Cool. Jetzt hat er da einfach... Wie viele hast du jetzt? 18 Paletten? Äh, wie viele hattest du da gelassen? Vier, ne, fünf. Hier? Hier oder fünf habe ich da gelassen. Wenn es vier waren, dann sind es 18. Wenn es fünf, dann 19. Äh, ich muss allerdings dazu sagen, zwei davon sind nicht ganz wohl. Das war's. Ich muss jetzt mal aufhören. tschüss ich hab das Gefühl du bist eher am 2 30 könnte sein ich fahr halt 40 ne 35 je nachdem was die Paletten grad hinten machen wenn sie so rumwampeln wir jetzt gerade fahrt nur 20 wie kann ich das näher an mich ranziehen Steuerung und Y gleichzeitig Ach äh nicht Steuerung Schrift links und Y Ich muss sie erst einschalten im Moment So jetzt fahr ich fast 40 Du bist ja immer noch nicht da Nein Junge was haben du und ein Kondom gemeinsam beide Behinder im Verkehr ey Dafür hab ich richtig Masse Masse statt Klasse Nicht nur auf Traktor sondern auch hinten dran Guck guck Ja moin Tibi doch mal an Das macht er gleich bestimmt Ja Ist geil oder? der spiel ping pong was mit dem schweinefutter kann man das hier nicht verkaufen wird die muss du erst in anhänger laden was mache ich denn wenn ich da bin aber das dauert jedoch ewig der eine andere ist noch nicht mal bei 50 prozent ja mein gott muss ja auch nicht lasst und mach nicht zu voll wenn die scheiße nichts bringt gut das sind gutes geld deswegen werde ich auch mit zwei traktoren war das besser ist war gerade habe ich gedacht dass er nur eine panne nimmt wenn du beide anhänger hat das tatsächlich nicht ist ging nicht schneller als wenn du mit einer liga bin weil hier bin ich tatsächlich schneller unterwegs war ich schon fast wieder zehn zwölf jetzt oh gott hier jetzt hier geschwindigkeitsrausch rennsport ist das ja hier noch eine minute das schaffen wir verschaffen war der läuft hier durch die palette muss umgedreht werden wir warte wir nehmen auf hörner hier ja auch gut oder auch nicht ja gut ich fahre dann erstmal wieder zurück aber wir kriegen immer noch den selben preis also für eine palette immer noch 1237 also der preis hat sich nicht geändert top also wir machen kohle auf jeden fall jetzt kommt sowieso ein dicker schwung kohle weil er da jetzt erstmal die 18 paletten rein schiebt und dann läuft das in lachs jungs und mädels ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir diesmal ja uns einigermaßen mit der zeit ein bisschen beschäftigen mussten wir machen trotzdem geld das ist das wichtige dabei wir stehen nicht rum und machen kein geld das finde ich sehr sehr wichtig und dann schauen wir mal wie es weitergeht unsere ernte muss jetzt irgendwann mal reif werden dann machen wir auf jeden fall dicke ernte session erst mal und dann kaufen wir uns die nächsten felder hoffentlich also tschö mit euch bis zum nächsten mal euer komander keule